So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt können Sie wieder beweisen, wie sattelfest Ihr rheinisches Wortgut ist. Heute lernen wir drei neue Wörter, die im täglichen Leben besonders hilfreich sind. Das erste Wort lautet... Wir hören nichts, bitte laut und deutlich sprechen. Danke. Richtig ist... Luhmmaschinen. Das nächste Wort lautet... Und der letzte Begriff für heute ist besonders vieldeutig. Die Lösung lautet... Und drei richtige? Sehr schön. Damit die neu gelernten Wörter gut im Gedächtnis bleiben, bitte bis zum nächsten Mal fleißig üben. Und jetzt? Der letzte Begriff ist besonders viel, wie sie seit 192 Jahren gab, ist vorsch Works brothers und berry-arte.